In diesem Video geht es um die besten Kupferpfannen. Der Qualitätssieger in unserem Kupferpfanne-Test geht an die Copper Garden Kupferpfanne. Die Pfannen eignen sich für alle Herdplatteninduktion nur mit Adapter sogar über offenem Feuer, Grill- oder Backofen als Schmorpfannebrat und Grillpfanne. Kupferpfannen sind die Küchenhelfer, sie sorgen als hervorragende Temperaturleiter für die optimale Wärmeverteilung. Abwechselnd scharf anbraten und sanft garen kein Problem. Zinn leitet die Wärme der Antihaftpfanne weiter, ist lebensmittelecht und säurebeständig. Die Kupferpfanne erhält dank Wertsinnung einen natürlich antihaftenden Charakter. Die rostfreie und langlebige Kupferpfanne kann ganz einfach nachverzinnt, aufpoliert oder geformt werden. Die robusten Bratpfannen werden CO2-neutral versendet. Copper Garden steht für hochwertig traditionelle Kupferschmiedearbeit mit modern-funktionalem Einfluss. Hand gefertigt hübsche Kupferpfannen und Co. aus kleiner Manufaktur. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Home-Icon Kupferpfanne. Dank der einzigartigen und erstaunlichen dreilagigen Antihaftbeschichtung aus Keramik ist diese hochwertige Pfanne strapazierfähig, ausgereift und leicht. Die Pfanne ist perfekt für gesundes Kochen mit wenig oder gar keinem Öl, Fett oder Butter. Die antihaftbeschichtete Pfanne ist leicht zu reinigen, da alle zurückgebliebenen Lebensmittel, was selten der Fall ist, leicht abgewischt oder abgespült werden können. Es kann schnell und einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, das macht Pfannkuchen und Omelettes so einfach zu braten. Extrem schnelle Wärmeverteilung und kompatibel mit allen Gas-, Elektro- und Induktionsherden. Bei Verwendung mit einem Induktionsherd empfehlen wir ein Induktionskochfeld mit einem Durchmesser von 18 bis 19 cm. Im Ofen sicher bis 260 Grad. Die Antihaft-Keramikbeschichtung ist umweltfreundlich und enthält keine Chemikalien, die Pfanne ist frei von PFOA, Blei, Cadmium und PTFE. Sie ist sicher für Ihre ganze Familie. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kupferpfanne-Test ist die türkische Kupferpfanne. Bereiten Sie Ihre Mahlzeiten wie ein professioneller Koch mit einer Kupferpfanne in einer perfekten sanften Weise zu. Merkmale Eierpfanne mit Griffen, 23 cm. Kupfer ist sehr hilfreich für empfindliche Proteine wie Fisch und Meeresfrüchte, sowie für Soßen, Karamell und Schokolade. Handgefertigte Variationen Jedes Stück ist ein Unikat aus Kupfer, in Handarbeit von erfahrenen Handwerkern in der Türkei hergestellt, daher sind kleine Variationen in Design und Größe normal. Kupfertöpfe und Pfannen machen sich dekorativ in der Küche. Aber Kupfer ist ein hervorragender Wärmeleiter und optimal für gutes Kochen. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.